Ich bin für die Abschaffung der kalten Progression, weil ich es erbärmlich finde, dass schon bei der letzten Regierung alle Parteien dafür waren, dass sie abgeschafft wird. Und jetzt bei den letzten Wahlen wieder genau dasselbe. Es sind alle dafür, dass man sie abschafft. Nur abschaffen tut sie keiner. Und ich denke, irgendwann ist es den Arbeitnehmerinnen auch genug und sie werden sich wehren. Und ich denke, es ist soweit. Wir werden uns wehren. Wir werden uns wehren.